Mit unserer neuen Serie Integra, die wir hier auf der SAK in Essen präsentieren, stellen wir den Nachfolger unserer erfolgreichen Serie S50 vor. Die Serie Integra ist noch tiefgreifender mit noch mehr Produkten ausgestattet, sodass wir eigentlich das ganze Klavier spielen können, vom Tagesgeschäft, Produkt und für das Tagesgeschäft bis hin zum hochwertigen Ausstellungsgeschäft, wo wir runde Waschtische, eckige Waschtische bis hin zu Möbel Waschtischen in 60, 80, 90, 1 Meter und 1,20 Meter anbieten. Wand-WCs, Spülrand, Mitspülrand, Spülrand los, mit offener Befestigung, geschlossener Befestigung, sodass wir wirklich Produkte haben in dieser Serie Integra, die für alle Bedürfnisse für den Kunden gemacht sind. Wand-WCs, Spülrand, 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 Spül